Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer sind Sie? Das hier ist Baden! Sie ist mein Befehl zu widersetzen! Oh, meinst euch das einfach gelogen! Der Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederfrechtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Die Stadt Feiglinge, verreicht ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmeust des deutschen Volkes! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär mal eine Aktion in Lübe hindert! Es hat mich gegen nur ein schickigen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hatte gut daran getan, um Jahren alle Höroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt! Ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, uns in diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Du und Sie, was Sie wollen! Du und Sie, was Sie wollen! Frau Junger, Frau Christian, ziehen Sie sich sofort um! In einer Stunde geht ein Flugzeug, das Sie nach Süden bringt! Es ist alles verloren! Hoffnungslos verloren! Aber du weißt doch, dass ich bei dir bleibe! Ich lasse mich nicht wegschicken! Für mich! Und das ist alles, sehr wichtig! Und das ist alles, weil er sich auf den Fall ist! Und wir wollen das, wie zwei Flames miche! Und das ist alles, wie wir es für uns beschäftigen! Dassel Sehen wir noch einmal richtig! Und das war es, wenn wir es schon mehr so machen! Und das war es insgesamt! Und das war es schon auch, dass ihr in der Fall ist! Und das war es immer so, dass ich nicht so sein! Und das war es bisher! Und das war es schwung! Und das war es immer so familiar! Und das war es ebenso sehr, dass ich ganz, so, wie ihr gewaltiget ihr wie ein bisschen! Untertitelung des ZDF, 2020